Gestern Abend hat offensichtlich ein psychisch gestörter Einzeltäter mit Axt oder Beil eine Amoktat im Düsseldorfer Hauptbahnhof begangen. Neun Menschen sind verletzt worden, einige von ihnen schwer. Unsere Gedanken sind natürlich bei Ihnen. Wir hoffen, dass Sie vollständig genesen. Sie und Ihre Angehörigen brauchen in der nächsten Zeit sicherlich viel Kraft. Ich danke ausdrücklich den Rettungskräften, die schnell vor Ort waren und die Verletzten versorgt haben. Ich danke genauso Bundespolizei und Düsseldorfer Polizei für ihre besonnene und gute Arbeit in der letzten Nacht. Zurzeit gehen wir davon aus, dass dieser Täter keinen islamistischen Hintergrund hat, sondern ganz offensichtlich eine psychische Erkrankung. Wir sind erleichtert, dass der mutmaßliche Täter des neunjährigen Jungen aus Herne gefasst ist, dass er in Haft ist. Wir gehen davon aus, dass ein weiterer Toter zu beklagen ist. Mutmaßlich ist auch hier der Täter im Verdacht. Ich glaube, alle Menschen in diesem Land sind froh, dass das jetzt ein Ende gefunden hat. Ich glaube, auch keinen lässt die unfassbare Grausamkeit und Gefühlskälte des Täters erschüttert alle, glaube ich, wie diese Tat begangen worden ist, die so sinnlos gewesen ist.